Leere, zurück und ein Spieler auf der rechten Position. Rechte, leere, zurück und center zurück, bitte. Und diese Spieler sind ohne Ball. Dein Schuss ist frei. Dein Schuss ist frei. Geh, mach einen Schuss und einen Schuss. Nach diesem Schuss... Nein, hier, zwischen diesem Platz. Schuss hier. Dann, du gehst zurück. Aber wir machen es hier. Du schaust 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 hier. Und jetzt schaust du, wie der Ball geht. Du hast zwei Möglichkeiten. Du schaust den Ball zu ihm. Dann ist dein Weg, um diesen Schuss zu holen. Geh zurück und schaust den Schuss. Oder der Weg geht zum rechten Spieler. Dann ist dein Weg hier. Und zurück und schaust den Block. Okay? Du musst es sehen. Du bist frei. Schaust hinter diesem Flugzeug. Schaust dich. 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 Wir wissen, auf welcher Seite das Ball kommt. Nicht zu schauen, unsere eigenen Raum. Oder zu sagen, ich bin hier. Ich bin auf meiner Position. Ich bin hier. Es ist nicht genug. Okay? Du kannst starten. Los! Schaust dich. Schaust dich. Schaust dich. Stopp! Es ist mir. Es ist dieser Flugzeug. Schaust dich. Es ist mein Fehler. Es ist mein Fehler. Ich habe das Anfang gemacht. Ich mache den Weg ein wenig langer. Es ist zu lang. Okay. Du kannst wieder auf der rechten Seite starten. Schaust dich. Schau, bitte. Schaust dich. Schau, wo er Playing-die-Trains-Path spielt. Right oder left. Geh zur Ebene. Drache, find your Position. Schaust dich. Schaust ihn. Schau. Stopp! Komm. Nein, nein, nein. Komm, hierhin. Und alle anderen können uns laufen. Komm schon, komm schon! Ich finde dich wieder! Aber du hast einen Freitag, ja? Und in diesem Freitag findest du ihn im Hotel. Okay, wir beginnen wieder. Komm schon, komm schon! Komm schon, schau dich auf! Es ist eine Frage, ob du auf den Weg gehst und dann entscheidest du, auf welcher Seite du gehst. Okay, du bist raus, komm schon! Start wieder mit einem Freitag. Start wieder mit einem Freitag. Komm schon! Nein, nein, du hast es vergessen. Nicht der anderen! Gut! Hey! Wo ist dein Weg? Ich bin ein wenig angrierer. Ein wenig! Ein wenig! Ein wenig! Okay, wieder! 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 Pass da! Pass da! Go in front! Go back! Turn around! Schau! Nein! Stop! Stop! Ich habe wirklich eine Frage über dich! Was sieht man in diesem Moment? Hier und hier und hier und hier und hier. Du siehst nichts, was da passiert. Aber es ist wichtig, dass du ein Signal geben kannst, dass du wissen, was da passiert. Okay? Okay? Du schaust hier. Vielleicht ein wenig nach hier. Zack! Und dann weiß ich, dass du diesen Weg bist. Oder diesen Weg bist du. Okay? Aber nicht diesen Weg. Es ist ein langer Weg. Ein langer Weg, um nichts zu sehen. Okay? Wir sind auf dieser Seite. Aber du musst da bleiben. Ich bin da auf der Beine. Sorry. Sorry. Ich mache einen Verrück. Okay? Start, 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 start. Pass da. Pass da, put da, buddy. Hey! Good! Go! Okay. Und start! Aber jetzt kann es funktioniert. Komm! 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 And die andere Seite. Hey! Be schnell auf der Beine! poke! Every time, du hast es colonies, aber wir beginnen mit Runden, mit Runden und du hast deinen Weg vergessen. Komm! Komm! Und weiter! Komm! Und weiter! Good! Und wenn du Zeit hast, dann spiel mit dem Gegend! Spiel mit ihm! Wenn du ein wenig Zeit hast, Ich kann mit ihm spielen! Gut, kein Ziel! Matz, Matz, wie lange? 10! Auch die gleichen Spieler, die ihren Job vergessen haben! Stopp! Und wir setzen ihn zur 1-1 Situation! 1-1! Nicht ein Schuss mit einem Block! 1-1! Gib ihm ein bisschen mehr Zeit! 1-1! Gib ihm ein bisschen mehr Zeit! Gib ihm ein bisschen mehr Zeit! Komm raus! 1-1! Okay, das ist genug! Wir können ihn direkt in diesem Überschuss verändern! Nicht so schnell beginnen! Gib ihm ein bisschen mehr Zeit! Gib ihm ein Gefühl! Okay! Stopp! Aber du kannst ihn nicht von hier pushen! Du bist großartig! Du musst nach hinten gehen! So! 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 Ein Pivot hier und ein Pivot da. Können die Pivoten in diesen Schirten sein, bitte? Das ist das gleiche Übergang. Du beginnst hier mit einem freien Schuss. Dein Weg ist der gleiche, ich werde nichts ändern. So, in diesem Moment, du schaust hier, du spielst den Pass dort oder dort. Können wir den Spieler auf diese drei Positionen ändern, bitte? Eine andere hier, eine andere da, eine andere da. Das ist nicht das gleiche, ich mache es zu spät. Das ist mein Fehler. Du spielst hier, du spielst den Flugzeug hier. Spielst du zurück und jetzt beginnst du mit ihm zu spielen. Das ist eine 1-2-Situation. Ich habe einen Kontakt mit ihm, du kommst, ich gehe vielleicht ein bisschen raus, ich gehe nach vorne und zurück, ich gehe nach dem Pass zurück und so weiter. Aber der Spieler muss ihm jetzt ein bisschen mehr Zeit geben. Warte ein bisschen. Okay, freie Schuss, freie Schuss, und dann finde ich einen Defender hier. Wer wird hier anfangen? Freie Schuss und du bist der erste Defender auf der anderen Seite. Okay, come on. Turn around. Look, park there. Und spielst du mit ihm ein bisschen. Okay, nicht so viele Bewegungen des Piloten. Er kann nicht... Nein, nur bleibt. Nur bleibt. Nur bleibt. Okay, gut. Spielst du mit ihm. Nur bleibt von dem Piloten. Sie können nicht die Bewegungen in dem Moment machen. Okay, du versuchst. Pick up den Pass. Es ist möglich für dich jetzt. Wow. Good. Really good. Good timing, eh? He has no power for his shot. Play with him. Ah, the way is too long. It's too long open. Good. Work on your feet, eh? Work with feins. Make pass traps. Okay, stop. 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 We have to change only one thing. So the attack player cannot go. If the pirate is staying there, please find... No, no, no. No, you stay there. Okay. Go, go in front of him. Or maximum one meter on this side or here. Because if you go here, it's not possible to find the solution for the defender or one against two. Huh? But I see many good, you also, you try it. You go to him and you wait a little bit and you go back and his shot is nothing. It's a ball for our goalkeeper, fast break, one zero for us. Really good. Huh? The Pirates don't only pick up the ball that can make move on this, on this for the shot. Not more. Huh? Okay. And start it again, please. We are here. We are here. Play a pass and he can start his work. Play with him. Okay. Oh. But it's a shot for a goalkeeper now. Good. Okay. Not so much in the middle, the Pirate is staying outside. Okay. Okay. We change one thing. Who is coming? You are coming? We change one thing. He is coming and you don't have to go. They can play with this side or this side, but you don't have to go to the air body. Find your space with the Pirate. I give you more time now and play with him. Whatever you want. Huh? If you are thinking you find a better solution that he can make the shot, you have to look a little bit more about him. Huh? If you know it's a strong guy, pick him up here, but have a hand also for the Pirate maybe. And your way is in the space of the Pirate. Huh? And not too much on the side. Okay. One small thing we change now. Again. It's okay. No space outside. The other defender is there. Play with him. Play with him. Okay. And the next is going. Come on. No, you don't go really back. You don't go really back. You have no contact before with the Pirate. Good idea. Good idea on the right side. Look a little bit at which... Where is the ball and where is the hand of the attacker? Look a little bit at him. Now stop. Hey. 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 It's not a work for defense. It's only for your shot. I tell awfully now that you cannot go if the Pirate is staying there. Why? This one defender cannot find a solution. He's staying there. The shot is here. Your way must be here. That he can work. It's for him. Not for you. Okay. You go there. Okay. Okay. But if you want the pass trap here, then put both arms on your head. Yeah. Play with the moves. It's okay. Good. Can you go a little bit inside? Only on this. Okay. Not more. Stop. We have one problem. You come here as fast as you can and then you stop here. But in my opinion, the most important thing for you is to be at first as fast as you can, as soon as possible by him. Then analyze the situation there. If you take here rest time, you became here pressure. It must be in your head. The moment you must be one moment before here, then look where is going, how fast he is coming, with sand, he is coming for a shot. You know him, but you make here rest time. The running is here fast, then slowly and then oh, I have a job. And it will be difficult. Okay. So I have a free shot. Oh no, we start there. Okay. But faster, faster, faster. Find the pilot. Find the pilot. You don't. You don't understand me. Every time go. Er geht so weit zur Seite. Er geht nicht dahin, wo der Kreislaufer ist. Ja, das ist deine Übung. Ich erkläre es nochmal. Ja, sie gehen zu weit. Sie sind zu geil, da drauf ein Tor zu machen. Aber es ist eine Deckungsübung. Okay, stopp, 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 stopp. Christian, sag ihn nochmal. Er geht jetzt drei Meter auf Seite vom Kreisläufer. Ja, der davor, Christian, ist hier hingegangen, als der Kreisläufer da drüben stand. Dann ist eine eins gegen zwei Situationen nicht machbar. Nicht machbar. Wir hoffen auf viel Raum. Entschuldige? So, wenn man hier so ein Forsvarsspieler und duken springer, dann ist es unmöglich für einen Forsvarsspieler zu lösen. Und das ist eine Forsvars-övelse. Es ist nicht ein Exerciz für einen Attack. So ein Forsvarsspieler, sind wir mit? So wir haben die Möglichkeit, zu lösen die Aufgabe. Und wenn man springer hier und du streit voran, dann sind wir fertig. Es ist nicht ein Schatz. Nicht öppnen Raum. So geht es. So, das ist auch ein Hauptpunkt. Wir müssen nicht nur die Defender, sondern wir müssen in diesem System, meistens die Attack-spieler. Weil sie suchen für eine beste Lösung für sie. Aber es ist eine Defens-training. Und sie müssen für die Defender, um sie eine Chance. In der Zeitung des Passes, in der Zeitung für die Spiele, und in der Raum. In einer 1-2 Situation ist es wirklich schwierig, wenn wir einen anderen Weg machen. Es funktioniert nicht. Wie viele Mal? Es ist vorbei. Okay. So, wir stoppen an diesem Punkt. Wir stoppen an diesem Punkt. Und in der Nachmittag, wir beginnen hier, mit dem nächsten Überschuss und dem nächsten Schritt. So, es ist wirklich ein großes Programm für individuelle Dinge. Also in der Situation, mit einem Spieler weniger, mit einem gegen zwei. Der nächste Schritt ist zwei gegen drei. Auf der leften Seite, auf der righten Seite. Wir sind in der Gruppe. Und in der Zusammenarbeit mit Gruppen und mit verschiedenen Worken. Vielleicht haben wir auch ein Mix. Also, ein Gruppwerk kann sein, block, block, zwei gegen zwei, zwei gegen zwei, vier gegen vier. Das ist ein Work. Mit fünf Schritten. Und die Jobs sind total hinter uns. So schnell wie möglich. Also, wir machen hier eine Pause. Danke für Ihr Arbeit. Und wir beginnen wieder. In der Nachmittag. Remember, dieses Überschuss. Und wir machen das nächste Schritt mit dem nächsten Überschuss, wenn wir am 3.15 Uhr beginnen. Das ist ein Problem. Also, das ist ein Problem, den Öffnungsengelang. Eineninken. Herr, das ist ja gut. Aber wir machen das. Ich glaube,